Also zum Harry Bräuner fällt mir vor allem lösungsorientiert ein. Er macht es auf eine sehr unaufgeregte und authentische, ehrliche Art und Weise und darum ist es wirklich eine Freude, mit ihm tagtäglich zusammenzuarbeiten. Ja, das Wichtigste ist, ein Bürgermeister muss Lösungen anbieten können. Das kann Harry Bräuner. Da bin ich überzeugt davon, im Sinne, dass wir gute Lösungen finden bei den Themen Raumordnung und Verkehr für die Stadt Salzburg und für die Umlandgemeinden. Der politische Stil von Harry Bräuner ist Einbindung. Er spricht mit allen, er redet mit allen, er macht sich ein Bild und versucht dann die beste Lösung für unsere Stadt und deren Menschen zu finden. Und das ist eigentlich etwas ganz Normales, aber leider in der Politik mitunter abhandengekommen. Dieses, das gemeinsame Suchen, das ist die Marke Harry Bräuner. Unser Harry Bräuner ist der Beste, weil er nicht nur Lösungen anbietet, sondern sie auch mit Tatkraft durchsetzt. Salzburg braucht Politiker, die Lösungen anbieten und Harry Bräuner ist einer, der die Leute einbindet und deswegen wähle ich ihn am 10. März. Die Zusammenarbeit läuft sehr konstruktiv. Es ist ein wirklich gutes Miteinander und vor allem ist es lösungsorientiert. Das ist mir ganz wichtig, weil wir haben uns dazu bekannt, dass wir jetzt die Dinge angehen wollen, die vielleicht viele Jahre lang liegen geblieben sind und da habe ich mit Harry Bräuner einen wirklich starken Partner an der Seite. Untertitelung des ZDF, 2020 P идеale P intim P unas P Untertitelung des ZDF, 2020